Was ist die Verzehr von Wildbret in den Jägerfamilien? Es gibt 66 Mal pro Jahr Wildbrett bei einem durchschnittlichen Wildbrettgewicht von 200 Gramm je Mahlzeit und Person. Das ist umgerechnet auf reines Fleischgewicht von 13 Kilogramm. Im Vergleich zu anderem Fleisch, zu Hausschwein oder Geflügel, ist das viel, ist das wenig? Also wenn wir das auf die Bundesebene projizieren, was der deutsche Bürger pro Jahr an Schweinefleisch zu sich nimmt, ist es relativ wenig. Da sind wir im Durchschnitt bei weit über 30 Prozent, annähernd 40 Kilogramm, nicht Prozent. Da sind wir mit den 13 Kilogramm Wildbrett deutlich unter dem durchschnittlichen Schweineverzehr. Aber wenn wir es vergleichen mit Hühnchenfleisch oder Geflügel insgesamt und Rinderfleisch, die liegen bei deutlich unter den 13 Kilogramm, was die Jäger an Wildbrett pro Jahr essen. Jetzt wurde hier bei der Veranstaltung vom BfR auch erwähnt, dass weiterführende Studien notwendig sind. Stichwort ist die Bleiexposition, also die Aufnahme von Blei durch den Menschen über Wildbrett zum Beispiel. Was halten Sie davon? Also das wäre eine sehr sinnvolle Studie, wobei man sich halt schon sehr intensive Gedanken darüber machen muss, wie wir diese Studie vom Design her aufbauen. Dass wir dann auch zu den Aussagen kommen, die wir nachher haben wollen. Sprich, wir können nicht einfach nur schlicht auf Blei untersuchen, weil wir mit verschiedenen, ich formuliere es mal vereinfacht, Bleisorten oder Bleiarten uns auseinandersetzen müssen. Und nur eine dieser Bleiarten wird eben überwiegend in Bleimunition verwendet und das müssen wir dann auch herausarbeiten können. Wir sollten auch herausarbeiten können, wie es in unterschiedlichen Haushalten nochmal darstellt. Also vielleicht viel Verzehrer und ganz viel Verzehrer vereinfacht dargestellt. Und wenn wir Blut als Basis nehmen dafür, um festzustellen, ist der Mensch bleibelastet oder nicht, dann müssen wir uns auch überlegen, ob wir das vielleicht mehrmals pro Jahr eine Blutentnahme machen, weil im Blut natürlich auch über das Jahr hinweg der Blutbleigehalt sehr unterschiedlich sein kann. Wären denn die Jäger grundsätzlich bereit, an so einer Untersuchung teilzunehmen? Also ich gehe davon aus, zum einen, weil ganz viele Jäger sicher die Brisanz des Themas und auch die Notwendigkeit des Themas erkannt haben. Und aus unserer Fragebogenaktion in 2011, 2012 haben ja schon 700 Leute signalisiert, dass sie bereitstehen für eine solche Studie.